Willkommen im neuen Jahr 2017 und herzlich willkommen wieder bei Alta, ihr und wir. Ich bin auch froh, dass es jetzt erst mal endlich weiter geht, bei mir sind zwar noch einige Baustellen, die noch erledigt werden will, aber sie wieder wo ein Wille ist, ist auch ein Weg im Leben und jetzt geht es vorwärts. Und so geht es auch mit meinem Kanal hier vorwärts, ihr habt ja schon mit unter anderem mitbekommen haben, Alta, ihr und wir schlägt eine neue Richtung ein, es geht rund um Anime, Mangas, Japan, Gedöns und so weiter und so fort, was ich ja davor schon auf meinem Kanal eh schon Step by Step ja schon gemacht habe und einfach das ist, was ich in meinem Leben liebe und ich sage einfach, Alter, ihr und ihr braucht ein Hauptthema. Natürlich wird es weiterhin Vlogs geben, wo wir auch schon anfangen werden Event Vlogs auch wieder mitzumachen, denn im Januar am 21. bis 22. Januar ist wieder das Japan Festival hier in Berlin, wo ich persönlich dann auch wieder mit vor Ort sein werde, mir alles da anschauen werde, fleißig shoppen gehen werde, die Spezialitäten und alles, was mit Japan dazu tun hat, Shiroko, die Cosplay-Sängerin, werde ich da auch wieder mit treffen, vielleicht wieder das ein oder andere Interview machen, mal schauen, interessante Leute wieder treffen und ja, ich freue mich jetzt schon und euch da draußen nehme ich natürlich wieder mit meiner Kamera mit. Und auch so werde ich euch natürlich wieder auf vielen Events natürlich noch mitnehmen, auf Conventions, der Japan-Tag wieder, die Gamescom und 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 wo ich wieder mit dabei sein werde, wo ihr da draußen mich dann unter anderem auch wieder treffen könnt, wenn ihr auch mit da vor Ort sein werdet. Dann wird es auf meinem Kanal hier auf Alter, Ehren, Wir jetzt immer jeden Monat ein super duber Gewinnspiel geben, je nachdem ich lasse mir jeden Monat was einfallen. Für diesen Monat Januar verlos ich momentan dreimal den Manga Attack on Titan, der Band 17, was auf meiner Facebook-Seite Alter, Ehren, Wir stattfinden wird, damit die Facebook-Seite auch mal ein bisschen hier was abbekommt und da man sowieso meistens sich da auch viele Leute aufhalten. Bis jetzt hat noch keiner mitgemacht, entweder haben alle Leute den Band schon, oder wissen es einfach nicht oder habt kein Interesse, deswegen sage ich es euch hier nochmal, die hier auf meinen Kanal schauen, schaut auf meiner Facebook-Seite Alter, Ehren, Wir vorbei, wenn ihr so ein Manga Band gewinnen wollt. Ein Sendeschluss ist der 25. Der erste 2017. Macht gerne mit, wenn ihr noch so ein Band braucht. Und im Februar wird es dann wieder ein neues Gewinnspiel geben. Ich bin ja wie gesagt Januar am Japan-Tag, mal sehen, wenn ich shoppen gehe, bringe ich da euch was Schönes für euch mit. Mal sehen, was ich mir da einfallen lasse, also jedes Mal mit dabei sein. Ihr habt die Möglichkeit, weil ich möchte auch was für euch da draußen mit tun. Ansonsten, was kann man noch sagen? Wie gesagt, auf Alter, Ehren, Wir, wird zunächst alles noch viel mehr rund um Animes, Mangas, Japan geben. Ich will auch meine Japan-Reise vorantreiben, jetzt da ich einen guten, festen Job habe, immer mal ein bisschen Geld beiseite legen, dass ich die dann auch irgendwann starten kann, sobald ich genug Puffer dafür einfach mit habe. Und da freue ich mich auch schon. Mit der aktuellen Anime-Geschichte werden wir uns dieses Jahr beschäftigen. Mal sehen, was dieses Jahr 2017 noch alles rauskommt. Ich freue mich schon auf den neuen Buruto-Anime, der jetzt im Februar, glaube ich, spätestens bei uns rauskommt. Da wird es dann auch noch alle weiteren Infos hier mit auf meinen Kanal geben. Wie natürlich auch Attack on Titan, die zweite Staffel, die dieses Jahr im April in Japan anfangen wird. Meine Anime-News, die ich schon mal angefangen habe, die werden ebenfalls weiterlaufen und ganz vieles mehr, was einfach alles mit Japan-Manga-Anime zu tun haben wird. Also, wenn ihr auch Fans und Freunde dabei seid, seid hier mit bei Alter, Ehren, Wir mit dabei. Ansonsten, wie auch schon mal in einem alten Video angekündigt, wird es auch eine Room-Tour definitiv mitgeben. Hier in meinem neuen Zimmer, ich bin gerade beim Einrichten, neue Möbel werden gerade organisiert und, 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 Schwarz-Scroll-Poster, welche noch organisieren, dass auch jeder Hintergrund und alles noch ein bisschen anders aussieht. Hier mal eine neue Couch, die ich jetzt sage, wo ich jetzt hier immer meine Videos mit für euch drehen kann oder auch demnächst, wenn meine Schränke stehen, noch einen neuen, anderen Hintergrund haben werde. Das zeige ich euch aber dann alles, sobald hier alles steht, weil noch sieht es hier noch alles ein bisschen aus wie auf der Baustelle. Von daher, das war es dann auch schon soweit von diesem Video hier. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt erstmal weiterhin ein wunderschönes neues Jahr 2017. Lasst es euch gut gehen, macht es besser. Lassen wir gemeinsam ein wunderschönes neues Jahr miteinander verbringen. Ich freue mich auf euch. Seid das nächste Mal wieder mit dabei, hier bei Alter, Ehren, Wir. Und von daher bleibt mir nur zu sagen, das war Alter, Ehren, Wir mit euren Alter, Ihr. Wir, meine Lieben, das seid ihr da draußen und gemeinsam sind wir hier auf dieser wunderschönen Welt. Ich sage nochmal, Arikato, danke an euch. Und diesen Sinne, Seeolator, Alligator und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter, Ihr und Wir. Bis zum nächsten Mal.